Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Heute geht es um ein Objektiv, um viele Objektive, um genau genommen sechs Objektive für MFT, Micro Four Thirds. Alle anderen Fotografen mit Sony, Canon, Nikon und allen möglichen riesengroßen Sensoren, APC oder Volkmart, die sind leider an dieser Stelle raus. Winke, winke, es gibt morgen sicherlich ein Video auch für jenigen mit eben anderen Kameras. Heute bleiben wir MFTler unter uns und es geht um eine ganz wichtige Frage und zwar, welches normal Festbrennweitenobjektiv? Welches 50er ist das Richtige? Und um das in der Sprache der MFTler zu sagen, welches 25er soll ich überhaupt kaufen? Ich bin ja ein Fan von 50mm Kleinbit-Äquivalent, also den 25mm für MFT, weil es einfach eine super schöne Linse ist, die es für einen ganz, ganz, ganz schmalen Geldbeutel auch schon gibt und womit man richtig schöne Ergebnisse erzielen kann, auch in puncto Freistellung, auch in puncto Bokeh und das ist einfach eine Linse, die man braucht. Jetzt, was ist das beste 46,8 Grad Bildwinkelobjektiv? Das ist die Bildwinkelangabe, die abgesehen und abgetrennt ist von dem irgendwelchen Sensor und bla bla bla. Also welches Objektiv soll ich denn überhaupt kaufen? Und ich habe meine Objektive, die ich besitze, hier auf den Tisch, auf den Drehteller gestellt. Wenn wir uns diese Objektive mal genauer angucken und ich rassel einfach mal runter, dann haben wir sechs Objektive hier zum Test. Jetzt gerade ins Bild rauschen die beiden Lumix Objektive. Lumix 25mm 1.4 Mark I und Mark II. Dann hätten wir hier als nächstes ins Bild kommend eine ganz besondere Linse, ein Zongi Speedmaster 25mm mit einer sage- und schreibe-Blende 0,95. Als nächstes Objektiv fährt hier rein dann das, was ist denn das? Ah, 25mm 1.7, das wäre ein Lumix Objektiv mit etwas kleinerer Blende und jetzt kommt ins Bild das Olympus 25mm 1.8. Und ganz am Schluss, da steht das hier, das Sigma 30mm 1.4. Ist kein 25mm Objektiv, aber ist ein verdammt schönes Objektiv und sollte hier mit in die Runde einfließen, weil es einfach schon eine Option ist. Wenn wir uns einfach mal die Preise angucken, dann sehen wir, dass da schon starke Unterschiede sind. Wir haben so drei Preissegmente, einmal 150, 300, 600. So, das kann man so mal grob zusammenfassen. Wenn man die obere Liga anspricht, also die 600 oder 550, 600 Euro Klasse, dann bekommt man immer was Außergewöhnliches. Die 300 Euro Klasse, das würde ich so auf die Brot- und Butter-Klasse bringen. Und das 150 Euro Objektiv, das ist die Frage, was ist das denn eigentlich? Nochmal kurz, auch als kleine Klarstellung, das Zongi Speedmaster ist ein manuelles Objektiv. Also das hier. Da fällt auch schon der Deckel ab. Moment, wie machen wir das jetzt am besten? So, das hier, das ist manuell. Da muss man manuell fokussieren, kein Autofokus. Und damit fällt es, glaube ich, für viele Anwendungsgebiete schon mal klipp und klar raus. Aber ich habe es eben reingenommen, weil man da mal unfassbar schöne Bouquets und schöne Bilder und schöne Freistellungen erreichen kann. Und das ist ja gerade auf MFT, auf Micro-Versert-Kameras, sehr erheblich. Die Frage ist also, was ist das beste Objektiv und welches davon soll ich wirklich kaufen? Und da steckt relativ viel Objektivität drin, denn eigentlich geht es um welche Frage, wo kriegt man die beste Qualität für das kleinste Geld? Und jetzt muss ich noch mal kurz eine Sache reinbringen und zwar, es fehlte ein 25er. Ich weiß, da kommen wieder YouTube-Kommentare, wenn ich es nicht sage. Das ist das Olympus 25mm 1.2 Pro. Ich habe nachgeguckt auf Amazon, 20.1. hat das Objektiv 1099 Euro gekostet. Und ich wusste schon wieder, warum ich es nicht besitze, weil es einfach super viel Kohle ist. Und ich kann nicht testen und ich kann auch nicht über etwas reden, wo ich nur irgendwas gelesen habe und es noch nie in den Fingern hatte und auch nicht probiert hatte. Es soll sehr schön sein, es soll sehr gut sein, aber ich finde einfach 1099 Euro für dieses 25mm Objektiv, das finde ich schon haarig und das finde ich schon hart. Ich würde es mir gerne leisten, aber in dem Fall tue ich es einfach nicht. Kommen wir also einfach mal zum Ergebnis. Ich gehe hier mal in die Bridge und jetzt gucken wir uns gemeinsam mal an, was wir gemacht haben. Wir haben hier eine Testchart, übrigens von Benny Rebel ist das. Benny Rebel, auch ein Fotograf, der dieses Testchart gemacht hat und wir haben ja auch sonst immer viel mit Siebensternen fotografiert, aber ich mag auch, dass sie hier in gewisser Weise auch Farben mit reinbringt und dass diese Siemens-Sterne, also das sind diese Sterne aus dieser Keile, weiß-schwarze Keile im Kreis angeordnet, dass die nicht so groß sind, weil da wird man wirklich irre, wenn man da lange drauf guckt. Wir haben im Endeffekt alle sechs Linsen einmal abfotografiert und dann haben wir auch noch so ein kleines Still-Life gemacht. Ich kann mal das in groß machen. Das ist einfach so ein kleiner Aufbau, wo man einfach mal erkennen kann, was an wirklichen Farben und an Schärfe übrig bleibt. Fokussiert wurde im Endeffekt auf die Mitte, also auf diesen Film von, was ist, Ilford. Ja, interessant übrigens, ne, Freistellung für MFT bei Blende 1.4, also ich würde schon sagen, das ist schon ordentlich die Freistellung. Also das ist diese Rolle, diese Filmrolle von Kodak, die ist knapp 15 Zentimeter hinter dem eigentlichen Fokuspunkt und ist schon unscharf. Und genauso diese alten Blitzwürfel, die sind auch nur 10 Zentimeter maximal im Vordergrund und auch wieder scharf. Wir haben hier probiert, natürlich sehr viel irgendwie Chrom einzulagern oder einzubringen, um auch wirklich zu zeigen, gerade am Rand hier, wie verhalten sich CA's, wie abhängig ist es von irgendwelchen Reflektionen und, und, und. Und natürlich haben wir auch hier oben nochmal Schärfe eingebaut. Also, das ist so ein bisschen unser persönlicher Test, den wir machen im Studio bei uns. Und das wäre halt eben das andere ein Testchart. Also, dann gucken wir uns einfach mal hier die Bilder an und was wir natürlich eigentlich schon wissen wollen, und das war ja auch der Punkt des ersten Videos, was wir vor einer Woche oder zwei gemacht haben, mit dem Test mit dem Panasonic Mark 1 gegen das Mark 2. Das sind die beiden hier. Das ist das Panasonic Variante 1 auf der rechten Seite und hier sieht man links das Mark 2 und das ist einfach abartig viel, viel, viel besser. Ich muss dazu sagen, dass ich das schon sehr krass CA-eig finde und ich glaube, dass da in gewisser Weise auch irgendwie ein bisschen vielleicht ein Fehler im Spiel ist. Das ist vielleicht auch mal hingefallen in letzter Zeit. Also, wir werden es demnächst jetzt überprüfen lassen, weil das kommt mir auch ein bisschen Nummer zu krass vor. Wie Objektive auch wirklich, wie schlecht die sein können und was mit denen passieren kann. Oh, ich muss mal zurück in die Grundlagen gehen. Moment. So. Und jetzt in die Bibliothek. Das ist wieder. Zurücksetzen. Moment. So. Voila. Wenn wir uns das mal angucken, das letzte, das ist das Songi, dann sehen wir schon, was ein dezentriertes Objektiv machen kann. Also, das ist jetzt dieses Songi, das hier, was hier gerade reinfährt und das kostet 500 Euro und ja, hier sieht man ganz klar, auf der linken Seite ist es super matschig. Ich kann hier die einzelnen Striche gar nicht erkennen, wo meine Maus ist. Wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dann kann man die vollkommen erkennen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir schräg fotografiert haben. Wir haben diese Testchart wirklich gerade abfotografiert, haben geguckt, dass die in der wirklichen Ebene der Schärfe ist. Also, hier sieht man, was ein dezentriertes Objektiv anstellt. Das ist auf einer Seite sehr unscharf und kann auf der anderen Seite viel schärfer sein. So was kann passieren durch schlechte Verarbeitung, durch Stürze, durch Gewalt, Auenwendung. Also, das kann passieren. Und damit fällt es eigentlich schon ein bisschen raus aus dem ganzen Test. Wobei man sagen muss, die Mitte, selbst bei 0,95 fotografiert, das ist bei Blende 0,95 fotografiert, ist erstaunlich scharf. Es ist sehr scharf, wenn wir das jetzt mal mit dem Sigma zum Beispiel vergleichen, dann hat man beim Sigma natürlich mehr Klarheit. Beim Speedmaster hat man ein bisschen mehr, ja, so diese CAs. Also, es ist ein sehr viel klares Bild beim Sigma. Aber von der puren Schärfe ist gar kein so großer Unterschied. Die Schärfe kann man auch immer erkennen, wo geht dieser 7-Stand ineinander über und wo hört man auf, diese Keile zu erkennen. Und die liegen eigentlich bei beiden sehr ähnlich zusammen. Interessant ist es, dass das Panasonic 1.7 extremst gut abschneidet. Gucken wir uns einfach mal das Panasonic 1.7 gegen das Olympus an. Das wäre Olympus auf der linken Seite 1.8 und Panasonic 1.7. Das heißt, da liegt der doppelte Preis dazwischen. Und wenn wir mal in die Mitte gehen, dann sehen wir, dass die beiden Objektive extrem nah zusammenliegen. Und ich würde sogar behaupten, dass die Kontraste beim Panasonic etwas besser sind. Aber, wenn wir auf das Gesamtbild gucken, dann sehen wir auch schon, dass auf der linken Seite das ganze Bild heller ist und ein bisschen mehr in Magenta geht. Das ist also ein anderer T-Stop. T-Stop nennt sich die Transmission. Das heißt, die Lichtdurchlässigkeit. Die hängt nicht nur an der Blende, sondern vorwiegend am eigentlichen Objektiv selber. Und eine Blende von 1.4 muss nicht lichtdurchlässig sein. Man könnte es ja auch mit Flaschenböden konstruieren, dann wäre es gar nicht lichtdurchlässig. Oder ein Graufilter. Der verändert ja nicht die Blende, der verändert aber trotzdem die Lichtdurchlässigkeit. Und scheinbar, weil wir haben mit wirklich effektiv eingemessenem Blitzlicht gearbeitet, lässt das Olympus mehr Lichtdurchlässigkeit durch als das Panasonic. Also Schärfe extrem hoch beim Panasonic, Olympus bessere Lichtdurchlässigkeit. Wenn wir uns jetzt, wie gesagt, die beiden mal angucken. Wir gucken uns jetzt mal die Panasonic 1.4 und Panasonic 1.7 an. Halt. So, das hier, das Mark II. Auf der rechten Seite wäre das Mark II. Auf der linken Seite wäre dann das 1.7er. Also das etwas deutlich günstigere. Dann sieht man hier, dass der Unterschied natürlich frappierend ist. Gerade hier unten in dieser oberen Acht, da kann man es natürlich extremst erkennen. Auch wenn wir hier mal an den Rand gehen. Gehen wir an den oberen Rand. Da werden natürlich dann die Unterschiede noch deutlicher. Und da hat man fast schon ein bisschen so ein Geisterbild-Effekt. Während hier gerade TEST, also hier Test, da sieht man glasklar alles. Und hier verschwimmt schon so ein bisschen wieder was. Nichtsdestotrotz, es sind Kleinigkeiten. Es sind extrem kleine Unterschiede. Und das ist auch was, was so ein bisschen frappierend ist. Gucken wir uns mal den Real-Life-Test an. Und was mich da interessiert, vergleichen wir mal Sigma in der gleichen Bleistlasse mit dem Olympus. Und siehe da, das Sigma, wir haben es in der gleichen Entfernung fotografiert. Das heißt also, 5 mm mehr Brennweite ergibt einfach ein mehr beschnittenes Bild. Damit sind auch die Schriften größer und alles. Ich finde die Ergebnisse relativ ähnlich. Jetzt wirkt natürlich das Sigma schärfer. Aber auch nur, weil es vielleicht näher ran ist und damit, weil die Dinge größer erscheinen. Ich würde sagen, beide sind extrem ähnlich aufgestellt. Also da erkennt man fast keinen Unterschied. Wobei man natürlich was sagen muss. Das Sigma hat Blende 1,4, während das Olympus nur eine Blende von 1,8 hat. Und das ist auch wieder zwei Drittel Blenden Unterschied. Und das ist eigentlich viel schwieriger, 1,4 so scharf zu konstruieren und zu bauen, wie ein 1,8er Objektiv. Also in dem Fall gewinnt Sigma deutlich. Wenn wir uns jetzt mal angucken, das Panasonic Mark 2 gegen Mark 1. Also rechts ist die Mark 1 Version, links ist die Mark 2. Dann sieht man hier schon unfassbaren Unterschied. Unglaublich. Also das ist jetzt echt, puh, das muss man erst mal verdauen. Hier sieht man viel bessere Kontraste, viel bessere Farbwiedergabe, weniger Magenta. Es ist ein Schwarz, wo ein Schwarz hin sollte, gerade bei dieser sehr feindünnen Schrift. Und es überzeugt einfach unglaublich gut. Also das neue 25er, das lohnt sich definitiv. Gucken wir einfach mal an, was unser Preis-Leistungs-Siga macht. 25 gegen Mark 2. Also das 150 Euro Objektiv, links unten, gegen das 650 Euro Objektiv. Und siehe da, von den Farben ein bisschen mehr Magenta-Einstrahlung, ein bisschen weniger Kontraste. Also ich würde behaupten, das 25-17 liegt sogar noch vor dem 25-14 Mark 1, jedenfalls unserem. Sehr komisch. Also wenn ich die beiden Sachen sehe, würde ich mich in dem Falle entscheiden für das Panasonic 1-7 Objektiv. Links unten. Ja, gut. Interessant. Auch nochmal das Songi in der Mitte. Gucken wir uns mal das Songi an, zum Beispiel gegen den absoluten Testsieger, die Mark 2. Ja, Farbneutralität bei allen günstigen Retro-Linsen mit so diesen Retro-Designs. Die sind farbtechnisch immer ein bisschen schwierig. Aber das hier ist natürlich eine wirklich... Entschuldigung für das Niesen, aber mir läuft die Nase ein bisschen. Wir waren gerade draußen fotografieren in der Heide und es war super kalt. Ähm. Ja. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Aber von der puren Schärfe... Also wenn ich jetzt mit Photoshop rangehen würde, dann könnte ich natürlich diesen Magenta-Stich sehr wohl rausbekommen. Und ich würde natürlich übrig bleiben mit was? Mit einem sehr scharfen Bild. Vorsichtig, man kann Stiche und Farbenfehler im Objektiv nicht komplett rausarbeiten in Photoshop. Aber man könnte natürlich einfach jetzt hier die Sättigung wegziehen bei Magenta. Und dann hätte man fiktiv das sehr ähnliche Bild natürlich dann ohne Magenta. Und wenn ich dann jemanden hätte mit einem Magenta-Kleid, könnte es Probleme bereiten. Also das ist so ein bisschen die Frage oder das Problem. Wenn ich jetzt ein Objektiv habe wie zum Beispiel Zonghi und ich habe da diesen Magenta-Blau-Stich drin und ich fotografiere jemanden mit einem Hemd, der Magenta-Blau ist, dann muss ich natürlich Magenta-Blau wieder rausziehen, um es zu korrigieren. Und damit ziehe ich der Person, die ich eigentlich fotografiere, die Farben wieder aus dem Körper raus und aus dem Motiv. Und das ist das Problem. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf das Magenta und Blau nicht angewiesen wäre, dann könnte ich hier das einfach machen und dann würde mir ein sehr mittig, sehr scharfes Bild übrig bleiben. Natürlich außen. Muss man gar nicht, muss man gar nicht hier, ja, 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 da würde ich auch nochmal, also wiedermals, Entschuldigung, wiedermals finde ich außen am Rand gewinnten die beiden, das Panasonic 25-1.7 und das Panasonic 25-1.4 Mark II. Ja, wie können wir das Ganze zusammenfassen? Ich glaube, man hat schon gerade sehr viel bei diesen Bildvergleichen gelernt. Die Mark II Panasonic hat sehr, sehr, sehr zugelegt im Thema Schärfe, Optik und Qualität. Der Speedmaster ist erstaunlich gut in der Mitte. Das bedeutet, die Qualität mittig ist genial, aber es ist manuell zu fokussieren. Fast ein Ding der Unmöglichkeit bei der 0,9,5er Blende. Und dann ist es noch, ja, etwas fehleranfälliger. Und das Sigma ist eigentlich so ein bisschen der Gewinner in dieser mittleren Preisrieger. Wir kommen eigentlich auch sozusagen auf unsere Konklusion, wenn wir nochmal die Preise mit reinholen. Also wenn wir hier einfach mal uns die Preise in groß angucken, dann würde ich bedeuten, The Biggest Bang for the, wie heißt es? The Bang for the Buck, danke dir. The Biggest Bang for the Buck bekommt man auf jeden Fall beim Lumix 25-1.7. Also, Moment, wir machen das jetzt so. So, wo ist es? 25 Millimeter 1.7. Das hier gibt auf jeden Fall 150 Euro mega krasse Schärfe. Da kann man nichts falsch machen. Dieses 25 Millimeter Objektiv hat es wirklich in sich. Wenn ich jetzt Sigma und Olympus zusammensetze, dann ist es schon ein Unterschied. Das ist eine andere Brennweite und 5 Millimeter mal 2, also 10 Millimeter machen schon einen Unterschied. Allerdings ist es eben halt auch 1.8 gegen 1.4. Ja, ehrlich gesagt würde ich sagen, das Sigma ist ein Objektiv, was man wirklich in dieser Preisregion echt empfehlen kann. Es ist scharf, es ist freistellend, es ist toll. Es hat so ein bisschen mehr diese 60 Millimeter anstatt 50 Millimeter. Sollte also eigentlich gar nicht bei den 50 Millimeter vergleichend sein. Aber das ist auch noch eine sehr, sehr, sehr krasse Empfehlung. Wer sich wirklich was antun möchte und zwar Geld ausgeben für viel Unschärfe und viel Matsch und viel unscharf falsch fokussierte Bilder, der darf gerne das Songi Speedmaster holen. Mittig jedenfalls bekommt man definitiv ein scharfes Objektiv und der Rest ist Geschmackssache. Und was eben die beiden hier betrifft, also das 25 Millimeter, lassen Sie es schön reindrehen, versus das 25 Millimeter, man kann sie gar nicht unterscheiden, außer von der Optik und wenn man sie anfasst. Ja, da fliegt eigentlich das Mark 1 raus. Moment, jetzt muss ich selber gucken, welches das neu ist. Ja, ganz klar das hier. Bisschen schwerer, bisschen wertiger, bisschen angenehmer anzufassen. Das ist meiner Meinung nach der aktuell absolute Sieger. Und vielleicht ist es doch angebracht, sich dieses Objektiv mal gegen das 50 oder 25 Millimeter 1.2 von Olympus zu stellen, weil das wäre natürlich eine Sache, da wäre dieses Objektiv wieder halb so teuer wie das andere und könnte sich beweisen, wie gut es ist. Aber eigentlich gewinnen sie fast alle. Und das ist das Schöne, MFT ist nicht tot, MFT ist ein tolles, effizientes System. Kleiner Sensor, hat nichts mit schlechten Fotos zu tun. Wer sowas denkt, der sollte eh erstmal zurück in den Grundkurs Fotografie. Und damit sage ich Tschüss, viel Spaß beim Fotografieren. Liebe MFTler, haltet den kleinen Sensor hoch, seid stolz drauf und macht tolle Fotos. Bis zum nächsten Mal.